Ja, servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Retro & Future, bei dem Kanal, wo es um Elektromobilität und erneuerbare Energien geht. Heute geht es um das, was ihr hier seht. Es geht um das Model Y, denn es hat sich bei Tesla wieder was getan und was genau, das wird euch jetzt hier ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn ihr auf die Seite von Tesla geht und auf Konfiguration geht, dann seht ihr auf der rechten Seite die verfügbaren Modelle und, na, wem fällt es auf? Richtig, es gibt eine neue Modellvariante und zwar, bisher gab es nur das Model Y Performance für 65.490, darunter mit großem Preisabstand, nämlich viel zu großem wie ich finde, gab es das Model Y Maximale Reichweite, also den Long Range für knapp 750.000. Und jetzt gibt es eine neue Variante, das Model Y und das ist dann im Endeffekt die Variante wie beim Model 3 auch, also die Standard Range Variante, haben wir sie früher genannt. Das Ganze hat natürlich auch wieder nur einen Motor, also nur Hinterradantrieb und nennt sich dann eben nur ganz einfach Model Y. Den Preis könnt ihr auch sehen, 53.990 Euro. Das Ganze wird so ja schon länger in China verkauft und jetzt endlich auch bei uns zur Verfügung. Finde ich richtig gut. Wenn wir uns das Model Y anschauen, wir schauen hier ein bisschen auf die Reichweite, dann können wir sehen, 533 Kilometer hat das Long Range und 430 hat das Standard Range. Und ja, die Beschleunigung eben hier 6,9 beim Standard und beim Long Range 5,0, also schon fast zwei Sekunden Unterschied. Wenn man sich die Lieferzeiten anschaut, kann man sehen, beim Long Range sind wir bei November bis Januar 23. Beim Performance noch ganz kurz sind wir bei Dezember bis Februar, was ich nicht ganz glauben kann, denn bekannter von mir hat sich ein Model Y bestellt, schon vor einer Weile. Und bei dem liegt das Ding momentan auf Mai, Juni nächsten Jahres. Also irgendwie ganz komisch. Naja, egal. Beim Standard Range haben wir voraussichtliche Lieferungen Dezember bis Februar, also mit dieses Jahr wird es wahrscheinlich knapp werden. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es richtig klasse, dass sie den Standard Range rausbringen, denn auch dieser wird mit dem LFP Akku kommen. Und der LFP Akku hat ja am Anfang einen schweren Stand gehabt, der hatte ein bisschen Probleme bei der Ladegeschwindigkeit, aber das Ding ist halt saurobust und man kann und sollte sogar den Akku immer wieder mal bis 100% laden. Und das ist jetzt eben genau die Frage, was man will. Also für jemanden, der nicht unbedingt auf Performance steht oder der nicht unbedingt die Mega-Performance braucht, sage ich mal so, weil 6,9 ist ja immer noch ein sehr guter Wert von 0 auf 100, der muss sich das natürlich genau überlegen, nehme ich das Model Y Standard Range oder nehme ich die maximale Reichweite. Die Frage ist immer, und das ist glaube ich die Frage, die sich die meisten Elektroautofahrer dann stellen oder die, die das werden wollen, wie weit komme ich denn mit dem Auto. Wenn ich mir jetzt hier die Reichweite anschaue von geschätzt 430 Kilometer zu beim Long Range 533 Kilometer, dann brauchen wir natürlich nicht davon ausgehen, dass man diese Reichweite schafft. Aber es geht ja auch um den Abstand, den das Standard Range zum Long Range hat. Und wir haben jetzt überlegt, dass man bei Model Y und bei maximaler Reichweite das Fahrzeug ja eigentlich nur bis 80% laden soll. Da können wir eine ganz einfache Rechnung machen. Und zwar, wir nehmen mal die 533 Kilometer, machen die mal 0,8 und dann können wir sehen, also wenn wir den nur bis 80% laden, was wir eigentlich im Daily Drive sozusagen machen sollten, das sind wir bei 426 Kilometer, geschätzt. Und wenn wir dann eben auf das Model Y Standard Range gehen, dann können wir sehen, da haben wir 430. Das heißt, für jemanden, der jetzt nicht diese Mega-Reichweite des Long Ranges braucht und eben ab und zu mal das Long Range dann auch auf 100% lädt, für den ist wirklich die Frage, reicht mir das Model Y Standard Range aus, weil das kann ich auf 100% laden. Und ich habe mit 100% hier im Endeffekt die Reichweite wie mit 80% bei maximaler Reichweite. Klar, bei maximaler Reichweite, darf nicht vergessen, der hat einen zweiten Motor und alles drum und dran. Deswegen ist natürlich, und jetzt kommen wir auch zum Preis, deswegen ist natürlich der Preis hier, der Preisunterschied ein Witz. Ja, also schon vorher war ja das Long Range auch im Vergleich zum Performance zu günstig. Man hat eigentlich täglich damit gerechnet, dass jetzt die Preise hochgehen und ehrlich gesagt, ich wundere mich, dass die Preise noch nicht hochgegangen sind, jetzt wo sie eben den Standard Range auch gebracht haben. Aber wenn man sich den Abstand anschaut von 3000 Euro, dann kann man davon ausgehen, möchte ich es nicht sagen, weil dann liege ich wieder falsch, aber da kann man vermuten, dass der Preis bald hochgeht, weil im Endeffekt sind hier 3000 Euro, der hier hat eine größere und teurere Batterie, der hat ein besseres Soundsystem, der hat zwei Motoren, hat mehr Power und das Ganze soll dann nur einen Unterschied machen von 3000 Euro. Das glaube ich nicht, also meine Vermutung ist, aber ja, nagelt mich nicht darauf fest, dass der Preis hier natürlich erstmal so bleibt und dass sich der Preis hier irgendwo Richtung 59.990 verschiebt oder wie auch immer, dann wäre das so vom Preisgefälle her, ja, ganz sinnvoll, würde ich sagen. Nur zum Vergleich nochmal, wenn wir uns das Model 3 mal kurz anschauen bei den Preisen und wir auch auf Bestellen gehen, dann können wir sehen, da haben wir im Endeffekt hier 49.990, wisst du was, ich packe es mal nebeneinander, ich mache mal hier so. Gehen wir hier auf das Model Y und gehen auf Bestellen, ziehen wir das mal ganz kurz raus und packen wir das mal nebeneinander, so kann man es doch am besten vergleichen, wo wir denn so von der Preiskategorie sind, so, so. So, also links Model 3, rechts Model Y und da kann man im Endeffekt sehen, hier links eben 49.990 für das Standard Range von Model 3, leider viel zu teuer, ja, Tesla musste das machen, weil sie eben die Preise erhöhen mussten, damit die Nachfrage zurückgeht, weil sie einfach bei den Lieferzeiten wirklich explodiert sind, ja, nichtsdestotrotz ist das natürlich sehr viel Geld für ein Standard Range und auf der Seite von Model Y kann man sagen 53.990 Euro, da bekommt man auf jeden Fall für sein Geld mehr Auto, das kann man auf jeden Fall so sagen. Dann beim maximalen Reichweite haben wir hier einen Unterschied von knapp 10.000 Euro und hier haben wir eben nur einen Unterschied von 3.000 Euro und das macht eigentlich, ja, zumindest hier auf der rechten Seite keinen Sinn, das linke kann man nachvollziehen, sind zwei Motoren und eben auch das Soundsystem und so weiter, also da kann man eher diese 10.000 Euro nachvollziehen wie die 3.000 Euro, aber ich denke, hier wird es irgendwann ein bisschen wieder näher zusammengehen und hier wird es ein bisschen weiter auseinander gehen, dass wir so einen Unterschied haben von, ja, vielleicht 7.000, 8.000 Euro, so die Richtung. Und dann kann man eben auch sehen, das maximale Reichweite kostet beim Model 3 mehr wie beim Model Y und das macht halt auch überhaupt keinen Sinn, ja, also ich denke, da wird Tesla sicherlich nachziehen, ja, also dass der Preis hier vielleicht auch gleich liegen wird wie hier die maximale Reichweite beim Model 3 oder eben vielleicht eher so 59.990 Euro, aber alle Spekulationen, ja, und auch die Model 3 Performance im Vergleich zum Model Y Performance sind auch nur, ja, 2000 Euro Unterschied vom Model 3 zum Model Y, finde ich richtig heftig, weil das Model Y einfach, ja, ein viel größeres Auto ist mit viel mehr Platz und natürlich auch mehr Materialbedarf diesbezüglich, aber na gut, so sei es. Wenn man dann die Lieferzeiten anschaut, kann man sehen, Standard Range Model 3 Januar bis März und Model Y Dezember bis Februar und dann bei der Long Range, wenn wir schon mal dabei sind, Januar bis März und hier November bis Januar und beim Performance haben wir Dezember, Februar bei Model 3 und bei Model Y auch Dezember, Februar, also ähnlich. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt das Model Y her? Ja, also wenn wir uns das anschauen, Model Y, die Standard Range wird ab Dezember bis Februar ausgeliefert. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt das Ganze aus China oder wird in Grünheide die Produktion so umgestellt, dass man eben dort auch Standard Range produziert? Wäre vom Zeithorizont her vielleicht sogar machbar, dass eben bis dahin die Autos direkt von Grünheide rauslaufen, was natürlich Sinn machen würde, denn es ist das günstigste Modell und wenn man jetzt überlegt, dass das dann irgendwann in China produziert wird, dann noch hergeschifft werden muss und so weiter, Importzölle bezahlt werden müssen und so weiter, würde es schon Sinn machen, dass man das im Endeffekt in Europa produziert, also in dem Fall Grünheide. So, das soll es aber auch schon gewesen sein. Im Endeffekt wollte ich euch nur zeigen, es gibt jetzt die Standard Range beim Tesla Model Y, richtig cool, freut mich. Ich bin eben ein Fan von diesem robusten Akku und gäbe es den zum Beispiel auch im Long Range, dann würde ich mich auf jeden Fall von einem LFP Akku entscheiden. Die Frage ist natürlich nur, ob der LFP Akku die Power bringen kann, die halt eben einen Long Range braucht. Ich denke, es wird nur irgendwelche Gründe geben, warum der im Long Range nicht mehr drin ist, weil wenn das technisch möglich wäre und es keine Defizite gäbe dadurch, dann wäre Tesla bestimmt mit dabei, das auch im Long Range zu bringen. Also, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das war interessant für euch. Wenn sich irgendwas tut, werde ich mich bei euch melden. Ich vermute, das nächste Mal, wenn wir uns hören, werden wir über eine Preisehöhung beim Model Y Long Range sprechen. Also, in dem Fall, macht es gut, genießt das Wochenende. Euer Steffen von Retro & Future. Ciao. Tschüss. Jak bautet ihr auf die ft.